Wir kommen zu einer weiteren Runde Borderlands 3. Wir machen mal die Quest, dass wir dieses Dynamo einnehmen. Siehst du, ich habe meine Tricks. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Siehst du, ich habe meine Tricks. 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 und jetzt schnappt ihr ein großes stück ekeliges köstliches fleisch ich dachte schon was ist das für ein roter punkt da ja 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 Das Fleisch auf den Digi-Scanner und die Show kann losgehen. Ja! Ein neuer Burger wurde geboren. Okay, jetzt brauchen wir ein Lieferbott, damit wir diese Burger zu den hungrigen Leuten bringen können. Drückt den Knopf. Für unsere königliche Heftex-Nastfest-Challenge-Royal. Burger-Bott! Wie läuft's, Alter? Gib mir 5! Negativ. Oberste Priorität, Burger an Malibon-Captain Archer-Row liefern. Das ist nicht gut. Mein Burger-Bott will diesem Captain-Row, den du erwähnt hast, meine Burger liefern. Was? Du machst Witze? Kammerjäger, folge dem Bot. Das ist unsere Chance, an diesen Malibon-Bustard ranzukommen. Feindliches Gebet. Die Route wird neu berechnet. Burger-Bots wurden nicht für den Kampf entwickelt. Daher die Fehlfunktion. Schaltet die Malibon aus, damit er sich wieder in Bewegung setzt. Barger-Bots wurden nicht für den Kampf genommen. Sie sind nicht gewalt. Setze Route fort. Bisschen auch nicht für den Kampf für den Kampf, die Schlammung sind für den Kampfнаком- server. Die Seprie-Bots wurden nicht für den Kampf gefallen. Wir sind nicht gewalt. Setze Route fort. Mehr Mali-One! Schalte sie aus, damit sich der Burger-Bot wieder in Bewegung setzt! Drei, zwei, eins. Jetzt habe ich mein Schild wieder. Jetzt kann ich wieder an die Kante bringen. Geh dich halt in den größeren Arsch! Was ist denn hier noch irgendwo ein Monster? Wir sind mal die Runs, oder? Nein! Reisgebiet gereicht! Letzte Route fort! Werderlieferung für Captain Archer Rock! Hey, hey, Burgerzeug! Ich bin so weit bei dir, Kleiner! Jetzt! Schnapp dir das Schwein! Uiuiui, haut der gerade richtig hoch. Na gut, mein Schild ist er tot. Böse Feuer ist reingegeben! Nein! Steiger! Setz dich auf! Spezialist! Setz! Reiseite! Hup! Ich muss dafür diskutieren, darfst du das! Du liebe Güte! Ich muss immer noch eine Spezialdose! Schalte, schreit der Verdichtung! Hup! Ich bin in der Postzone! Ich bin in der Postzone! Hasse das! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Ah! Oh, Mann! Hallo! Ich sterbe! Bring mich nicht zum Leuchten! Hä? Ich hasse das! Der verlinkt der Tor? Fatal ist mein zweiter Vorname! Zane Fatal Flint! Das Schwein mach' ich fertig! Jäger! Ich kenn' jetzt gut mehr! Das ist niemals sicher! Swap on! Ich liebe diesen Job! Wer ist dein Lager? Wunderbar! Der schickt mir in Ruhe! Gute Arbeit beim Ausschalten des wertvollen Ziels, Kammerjäger! Loreley! Es wird eine Weile dauern, bis wir Malibons Steuerung meiner Burger Bots überschrieben haben! Und der hier ist wohl Schrott! Also, tschüss, Burger Bot! Könntest du inzwischen für mich diesen Burger an Loreley liefern, Kammerjäger? Loreley! Ich schicke dir den ersten von vielen Burgern! Ich brauch' nur etwas, um meine Burger Bots neu zu programmieren! Dann läuft die Burger Maschinerie wieder! Vielen Dank, Bow! Wir haben hier viele hungrige Mäuler zu stopfen! Uhhh, war doch hier! Oh, jetzt geht's raus! Linksrum war's! Bitteschön! Bitteschön! Fetten Dank, dass du Captain Rowe erledigt hast! Der Burger geile Drecksack war schlimmer als Hämorrhiden! Und jetzt ist er tot? Echt gut gemacht! Erst Kaffee, jetzt Burger! Die Grundpfeiler der Zivilisation! Wir bauen diese Stadt Stück für Stück wieder auf! Danke für deine Hilfe! Gut! Und damit haben wir die heutige Folge geschafft! Ich bedanke mich für's Einschalten! Und bis zum nächsten Mal! Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal! Und bis zum nächsten Mal!